Es stand vor seines Hauses vor, ein Insel mit gespitztem Ohr, der konnte sich sein Bündel heu gedankenvoll umschieben zwei. Nun kommen da und bleiben stehen der Nasenweisen oben zwei, die auch sogleich, indem sie lachen, verhasste Redensart erwachen, dass sich der Esel ärgern sollte. Doch dieser hoch erfahrene Kreis beschrieb nur einen halben Kreis, verhielt sich stumm und zeigte jetzt die Seite, wo dir wieder sitzt.